Dieses Video ist anders als mein üblicher Content. Ich glaube, in über 10 Jahren auf YouTube habe ich kein Video gemacht, in dem es so um mich persönlich geht. Ich war mir lange unsicher, wie ich über die Entwicklung dieser letzten Wochen und Monate sprechen möchte. Ich wusste nur, dass ich darüber sprechen will, damit es vielleicht jemandem hilft, der in einer ähnlichen Situation steckt. Wer meinen Kanal die letzten Monate beobachtet hat, hat vielleicht gemerkt, dass mein Output an Videos stark gestiegen ist. Das hat einige Gründe, aber kurz gesagt haben mich einige Dinge eingeholt, die mich schon fast ein Jahrzehnt verfolgen. Eins davon sind die Depressionen, mit denen ich spätestens seit der Oberstufe kämpfe. Das andere war ein Thema, bei dem ich schon lange vergeblich versucht hatte, Klarheit zu finden und das nun begann, meine berufliche Teilhabe zu bedrohen. Ich konnte mir also nicht mehr leisten, weiterzumachen wie bisher. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte das Glück, dieses Mal doch relativ schnell jemanden zu finden, der sich mit meinen Themen auskannte und keine ewig lange Warteliste hatte. Nachdem mir von einer Praxis sogar gesagt wurde, dass ich ihre Kompetenz übersteige. Ergebnis war, dass ich nach acht Jahren Suche im Alter von 25 mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, einer Form des Autismus. Weitere Klarheit kam auch durch den IQ-Test, wohlgemerkt der dritte in meinem Leben, den ich in Verbindung mit der Diagnostik machen konnte. Die Ergebnisse lieferten zumindest ein paar Theorien, wie ich ein Vierteljahrzehnt lang durch jedes mögliche Raster fallen konnte, selbst nachdem ich vor fast einem Jahrzehnt begonnen hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Obwohl ich in dieser Zeit einige Autisten, sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche kennengelernt habe und die Ähnlichkeiten zu mir mal mehr und mal weniger erkennbar waren, und obwohl auch Menschen aus meinem Umfeld die Anzeichen durchaus bei mir sahen, verliefen meine ersten Besuche bei Psychologen ziemlich ernüchternd. In einem Fall kam man zu dem Ergebnis, dass ich nicht auf dem Spektrum sein könne und eine soziale Phobie haben müsste, was aber im krassen Gegensatz zu der Persönlichkeit, die ich als Kind gezeigt hatte, stand und keine Basis in realen Symptomen hatte. Inzwischen weiß ich, dass die Methoden dieser Psychologin nicht dafür geeignet waren, eine sichere Diagnose bei einem Erwachsenen zu stellen und die Bewältigungs- und Anpassungsstrategien, die ein betroffener Mensch zwangsläufig bewusst oder unterbewusst entwickelt, völlig außer Acht ließ. In diesem Zusammenhang mein Rat an euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch ein Arzt nicht korrekt einschätzt, nehmt das ernst. Medizin oder Psychologie studiert zu haben, macht Menschen leider nicht weniger fehlbar. Das bedeutete für mich auch, dass ich meine ganze Schulzeit über in doppelter Hinsicht förderbedürftig gewesen bin, ohne dass dies langfristig verfolgt worden wäre. Ich hatte mich zwar schon phasenweise mehr oder weniger sicher als Autist identifiziert, aber ohne die Diagnose blieb für mich immer der Gedanke, was ist, wenn ich falsch liege? Schade ich dann nicht Menschen, die wirklich betroffen sind und jeden Tag um ihre Anerkennung kämpfen? Mit der Diagnose fühlte sich an, als hätte ich endlich die Erlaubnis, ich zu sein, ohne mich für meine Eigenheiten rechtfertigen zu müssen. Es ist schwer zu sagen, wie sich mein Autismus konkret auf mich auswirkt. Ich kann sagen, dass soziale Interaktion mir zuweilen viel abverlangt, ich ein teilweise überempfindliches Gehör habe und ein filmografisches Gedächtnis besitze. Je nach Stresslevel komme ich auch nicht drumherum zu stimmen, was je nach Umfeld mehr oder weniger auffällt. Aber ich glaube auch, dass mein Autismus der Grund ist, wieso ich einen besonderen Draht zu Kindern mit Förderbedarf finde und wieso ich auch als Erzieher durchaus meine Erfolge hatte, wenn das Umfeld passte. Ich weiß noch nicht, was dieses Wissen für mich langfristig bedeutet. Aber ich möchte nicht, dass diese Themen unsichtbar bleiben, sowohl für andere Betroffene als auch für die breite Öffentlichkeit. Unsichtbare Beeinträchtigungen werden zu oft unter den Tisch gekehrt und nicht entsprechend berücksichtigt. Niemand, der bei Verstand ist, erwartet, dass ein querschnittsgelähmter Mensch gelernt zu laufen, aber auf die Einschränkungen von Autisten oder ADHS-Betroffenen wird nicht so Rücksicht genommen. Bonuspunkte, wenn man hoch- oder zumindest überdurchschnittlich begabt ist und daher sowieso keine Probleme haben darf. Dass ein Autist einen sozialen Beruf ergreifen könnte, wie ich es getan habe, ist auch kaum in der öffentlichen Wahrnehmung präsent. Ich war schon froh, dass das für meinen Hausarzt kein Ausschlusskriterium war, auch wenn die Situation durchaus ihre Widersprüche hat. Also bitte nicht wundern, wenn ich mir ab jetzt auch verstärkt das Thema Neurodiversität auf die Fahne schreibe, auch wenn ich noch nicht weiß, wie sich das äußern wird. In einer besseren Welt wären das vielleicht Dinge, die man in der Schule statt auf YouTube und Twitch lernt und bespricht, aber da sind wir leider nicht. Und wenn Autisten nicht für sich selbst sprechen, tun es leider andere für uns.